So meine Lieben und damit herzlich Willkommen zurück beim Let's Play Minecraft Ich habe jetzt die letzten Tage fleißig an der ersten Speed-Folge gebastelt Haben wir auch einiges zusammengekriegt Es ist schon einiges zusammengekommen Erste Folge habe ich komplett fertig Muss ich nur noch hochladen, aber dadurch nicht allzu großes dauert das nicht zu lange Jetzt machen wir erstmal wie möglich am Let's Play weiter Und ja, gucken wir was wir noch so hier zusammen schustern können Wir hatten das letzte Mal ja hier angefangen mal auszugraben, da wir den Berg weg machen wollen Dann müssen wir mal noch gucken Ich würde sagen wir machen jetzt erstmal hier außen weiter Schaffen wir ein bisschen Fläche für die Baumplantage So, warte mal, warum lecken das hier stellen geht so Achso Ich brabs war noch falsch eingestellt Okay Wer nimmt das jetzt? Ne, macht er nicht Okay, muss kurz neun Aufnahmestatt machen Bis gleich So Grabs ist umgestellt, jetzt sollte es eigentlich nur laufen Jetzt scheint das schon wieder zu laufen Okay Huch Dann kappeln wir hier mal noch ein bisschen weg Also Baumplatte würde ich ganz gerne jetzt komplett bauen, da das ja in Anführungszeichen keine sehr große Arbeit ist, dass er ein sehr großer Aufschmiss setzt, die da hinzuklemmt, ne? Die würde ich dann doch schon ganz gerne fertig machen Und die Hütte ein bisschen ausbauen Ein kleines Lagerhaus würde ich auch noch gerne hinbasteln Machen wir natürlich wieder wie gehabt in mehreren Episoden Ähm Hatte ich ja schon erklärt Äh Man hat einfach mehr Lust ins Insgesamt mehr aufzunehmen Hat einfach mehr Bock drauf Wenn man sich nicht hier zwei Stunden lang an einer Aufnahmesiezen versuch durchzuprügeln Sondern das ganze mal so, was für sich so Äh, jeden Part eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde Da meinetwegen auch nur eine halbe Stunde Äh Da macht man kurz das Päuschen, isst man ab und Äh, drückt sich keine Ahnung hier Flasche Cola in den Kopf oder sonst irgendwas Und äh, ja Man hat einfach mehr Freude dann darauf Wenn man sich nicht hier stundelang abquält Man kann auch mal kurz das Päuschen machen Man muss ihn ständig an der Uhr dann kleben Ja, das sind so die Eckpunkte denke ich Die es da so zum hervorheben geht Eine kurze Anmerkung noch zum Let's Play Together Minecraft Ähm Ich möchte ein LPT machen Diesmal werde ich das allerdings Nicht wie auf meinem alten Channel Also auf Necromancer 05 Ähm Machen Das ist hier zwei oder teilweise drei LPT Es auf einmal anfangen Äh Ich mache ein LPT Ähm Ich will auch versuchen, dass sich ein bisschen Stammbesetzung an Spielern hat Und äh Kommt natürlich auch gestern dazu, pipapo Das Let's Play, hier werde ich auch mal gestern einladen Da gibt es ja die Möglichkeit, dass man das ganz auf dem Server ruft, gerade für die Aufnahme Session Äh, die Möglichkeiten haben wir ja Und äh Ja Da gucken wir mal Was wir daraus machen So, das ist jetzt haben wir schon mal ein bisschen Acker hier Sehr gut Okay, das kommen wir mal noch ab Ja, aber das in LPT, äh Das kommt, wie gesagt, alles zu gegebener Zeit an Da beißen wir uns jetzt noch auf nichts fest So, dann machen wir mal zu Ich verliere das mal ein Und das feste So Aber das Dingbaum war sowieso noch um Und von daher ist jetzt erstmal Wurst So, Holz ist ja praktisch, steht ein Baum, machen wir direkt mal weg So, tack Da wir jetzt ein bisschen Holz brauchen für Kisten und alles Gehen wir mal ein bisschen fleißig abbauen So Monster habe ich wieder eingeschaltet Wir spielen wieder brav mit Monstern Bei den Speed-Folgen habe ich sie extra aus Da ich mich da wirklich nur aufs Bauen konzentrieren will So, so Toolbox Toolboxen kann man nie genug haben Ähm Hm Hm Ich hätte ja schon gerne was mal so Das kann man ja eigentlich machen So, weiße was, packen wir einfach da hin, fertig Was soll das hier So Ich muss jetzt hier nichts groß aus, ich fange jetzt hier einfach mal an Ich fange jetzt hier einfach mal an hinzubauen und gut ist So, dann machen wir uns jetzt mal nicht verrückt hier weiter So Huch Also das Lagerhaus, jetzt bauen wir diesmal auch unter Kellern Damit wir oben hier nicht 50.000 Etagen Kisten haben Und ja hier 30 Treppen brauchst und alles Das schenken wir uns So, wir gehen diesmal gleich Hoch So, 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 und hepp Autsch So Gissen, 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 gissen Ach ne Quatsch, wir brauchen erstmal Treppen, ne Äh Achso, ja, müssen wir ja so rum So 16, kommen wir sehr weit mit Holz Das reicht natürlich auch, supi Das ist doch Äh, Spitze, da, so Das sind dunkle Na, dann kriegen wir dunkle Treppen raus, ne Na komm, dann wollen wir nochmal so einen Stack hier Da packen wir erstmal nochmal in die Kiste hier So So Okay Tadam, rollt Tadam, was vorher den ganzen Berg hier wegmähen Höh Ist ja aber wie gesagt hier Machen wir ja nicht alles auf einmal Machen wir ja alles hier häppchen für häppchen So Die Treppen reichen jetzt auf jeden Fall Machen wir noch ein paar Kisten hier Dann haben wir gleich was zum setzen Sechs Kisten So Okay Treppe, 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 Treppe Oh, langt sogar Cute Im Bedarfsfall kann man das Lagerhaus ja immer noch ausbauen Da sind wir jetzt ja im Moment nicht festgelegt So Huch Ne, du musst wegdauten So Ne, war doch richtig Ach Huch So So Oben machen wir jetzt natürlich erstmal eine Holzdecke rein Äh, da will ich später mal noch was reinbasteln Huch Hilfe Ich hab Standbild Ah eben Puh Standbild hier eben gehabt hier Das ist doch Äh, so Zack, zack So Okay, dann hängen wir gleich noch nachher hier hinten dran Und nochmal Ne, komm mal an die Wände auch mal An die Wände auch mal auch noch da in Kisten und alles Äh, jetzt hab ich kein Holz mehr Knarrerf So Also ich würde für jeden Fall eine Durchgangsbreite von zwei haben Oh, Apfel Apfel Und Oh, noch eine Menge Holz hier, siehste Guter Holz hier kann man nicht verkommen lassen So Wollen wir hier kurz mal ein bisschen Bisschen Pseudo-Beleuchtung So Wann haben wir den ersten Monster Was rennt denn da rum? Ach Endermänner, guck mal Ich will hier aber mit Steinschwert jetzt nicht unbedingt triggern, beziehungsweise solange wir noch keine Rüstung haben Da will ich noch ein bisschen vorsichtig sein So Ich sehe euch Huch Hat das jetzt schon gereicht? Scheiße Na komm schon Böde Sau Auf die Fiese, 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 auf die Fiese Auf die Fiese, auf die Fiese, auf die Fiese Ui Oh, Alter Hilfe, wir sind fast dort Puh, Alter Oh Aus mir war ich so ziemlich jedes Leben gerade Boah, Alter Das langt durch den Block, du hast Ich habe bisher immer gemeint, den muss man direkt antriggern Ja, da sind Skeletter oben Komm mal runter, du Scheißhaufen Ja, komm schon Oh, Alter Hilfe Hilfe Ich dachte, das reicht nicht Eben dachte ich, da ist noch einer Oh, Alter Nee, ey, das ist doch Das ist so Ich dachte, das reicht nicht Na ja, gut, okay Ähm, so Eins, zwei Treppe, Wand Bitte das Reichen vom Platz Nee, dann sind wir ja uns vermetrig Ähm Meine Einzeltdurchgangsbreite ist zu wenig Dann machen wir drei Komm, wir haben ja Platz Wir müssen ja jetzt nicht auf einen Millimeter kauern Ähm, so, zack Dann haben wir hier eins, zwei, drei Eins, zwei Ja, das ist zurecht ein Fehler Äh, so Fahren wir das mal alles gleich hier So, mit dem Eingang muss ich mal noch gucken, wie breit er dann wird hier Eins, zwei, drei, Ecke, so Zack Ich dachte jetzt, der Enderman hier massakrierte uns, das wäre es ja jetzt gewesen hier Innerhalb der ersten fünf Minuten direkt krepiert er Das wäre ja jetzt gewesen hier So, eins, zwei, drei Ecke, so Dahinten machen wir eine komplette Fensterfront rein Hatte ich mir mal so überlegt Habe ich so just bei mich überlegt Äh, sowas machen wir jetzt hier Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Okay Okay, dann machen wir das so Zack Okay Dann passen wir hier mal einen schönen Eingang rein Also ich will auf jeden Fall, dass das Lagerhaus nur von einer Seite betretbar ist Das nur einen einzigen Eingang, äh, gibt Sonst, äh, muss man sich nach zu vielen Seiten absichern Da hab ich, bin ich nicht so geil drauf, ehrlich gesagt Deswegen Ich auch ein bisschen aufpassen So, äh, holz, da haben wir auch Holz haben wir ja zum Glück gar keins auf Lager So, weißt was, ich kann mal pennen hier Jute Nacht So, noch ein paar Mal rein Wolfschen rein hier, Enderperle Find ich cool, direkt in die erste Enderperle hier Brennt ihr Schweine! Hallo, creepy! Ja, da war eine ganze Bummen machen, da ist das Interessentmisch kaltmeter hier He, he, he Ach, auch noch zwei Ja, komm mal ran hier He, he, he Ja, jetzt wird's unfair hier, zwei Stück auf einmal Ihr habt doch einen Arsch auf hier Na, komm schon He, 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 he Äh, Krater lassen wir mal stehen, ne So, gibt's ein bisschen ein gewisses Feeling für die Landschaft hier Das ist so Äh, holz hier, zack, so Glas kann man noch keins brennen, ne Da wir noch keinen Sand haben im Moment Komm, da kommen wir auch noch hin So So, zack, wurde So Das Dach werde ich auf jeden Fall schon mal reinziehen Da werde ich später noch was anderes reinbauen, wie gesagt Dann müssen wir erst den Nähter dazu Ähm, aber bis wir da hinkommen, das wird noch ein Rädchen dauern Bin ich mir fast sicher So, warte mal, war das jetzt Da kann man noch einen hinmachen So, genau Dann haben wir so Zack, zack So Hepp Äh So So Ach ne, ja, stimmt Genau So, Bombs So, okay Der weg Der weg Der weg Muss das ja doch weg Na ja So, genau habe ich mir das vorgestellt Ähm Eins, zwei, drei Ach, Mist Noooon Scheiße Hast schon einen Fehler gemacht Ich muss mit dem ganzen Ding noch eins rüber hier Stimmt ja Wir wollen ja in der Reihe Durchgangsbreite haben, wenn die Treppen sitzen für die Kissen Ja, dann haben wir wieder schlau gemacht hier Scheiße Naja, was soll's Ist ja ein Endlos LP Kann man ja unnötig in die Länge ziehen, das ist ja egal So, die Soundeinstellungen passen jetzt diesmal Das ist ja ein bisschen kompliziert vom Let's Speed, da ich ja dann Mucke ja einfach aufschreddern kann bis hinten Wetter, bis mal die Kopfhörer vibrieren Da ich ja nichts kommentieren muss dabei Ich habe jetzt auch einfach mal die Einstellungen der letzten Aufnahme übernommen und die waren eigentlich ganz gut von der Lautstärke, das hat eigentlich sehr gut gepasst Deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, dass es jetzt hier auch so stimmig ist So, zack, zack Jetzt ziehen wir hier mal geschwind ein Lagerhaus hoch So, das können wir ja alles noch später